hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei humanize und ihr seht ich bin gerade in der pause weil ich bin ein bisschen rumgekurvt und habe nach dem hund gesucht gehabt und ihr werdet es nicht glauben ihr werdet es nicht glauben ich habe jetzt insgesamt gebraucht nur eine halbe stunde maximal nur eine halbe stunde ein bisschen rumgelatscht durch die städte ich bin gerade in der zweiten stadt ich habe ich habe also ich habe noch nicht gewiss zähmt oder sowas aber ich habe ihr seht ihnen wahrscheinlich schon eventuell wenn ihr gute augen habt seht ihr den schon und zwar der war hier bei der base von diesen hirn in einer npc gruppe nochmal dass der fünfte der sechste jetzt schon sechs stück habe jetzt unbedingt glaube ich wenn ich will die fucking armbussbäußen nein das war jetzt aber ich habe nicht ein schuss von denen abgekriegt das wird auch mal die war das hier dass das hier alles so schwer zu durchgucken ist jetzt kann ich ja die den armbussbäußen der hier liegt nicht wenn ich nehmen so ich bin gespannt ob ich den jetzt so mitnehmen kann ich würde gerne wieso kann man ihn nicht durch klicken da den hier irgendwo stand er jetzt hier gerade eben jetzt wahrscheinlich wieder zur base zurückgegangen zu der base ich hier bis hier war ich drin und dann bin ich hier umgegangen und dann waren sie vom da das war noch ein noch die wieder bist worden ja das war jetzt die ist grüßt jana aber nicht gesehen meine fresse so, warte mal hey ich will ihn noch nicht ich will ihn nicht töten ich hab den extra zufurt angelegt man aber kann man die hier nicht nichts also es scheint ja so als wenn die die ganze zeit wieder respawnen ich hab jetzt wie viel unbedingt acht stück neun stück alter dieses ding hier da das gibt doch nicht immer noch einer ist das nur einer oder da ist noch einer ey das gibt es doch nicht wie viele sind denn da ist das eine ganze stadt oder was entschuldige mich nicht so motze bleib stehen rennst du hin den hund werde ich jetzt natürlich nicht tun ich will jetzt einfach was war das da warte mal hab ich die munition noch mit ich will das den hund ey das kann doch nicht wahr sein wie viele sind denn davon da da sind doch zwei das drei das gibt es doch gar nicht das kann doch nicht wahr sein dass die da alle sind wo viele sind wie spawnen die hier non stop neu oder was und ich bin mir jetzt nicht sicher ob das der hund ist den man sich zähmen kann muss das an der hundnöte sein oder ist das erst wenn die alle beseitigt sind hier die bolz gehen wir langsam aus oh der ist flott hallo triss im kopf ich habe einfach nicht ich möchte nicht viel das war nicht gleich für die ganze zeit schon dran die die typen um zu legen wie auch den nicht mehr jetzt muss ich mir von denen mal eben kurz die schrotflinte bohren hier ich habe nur noch 15 16 ist ich war das sind noch zwei nein kann ich hier draufsteigen oder hier rum und dann die hier weg mail ich hoffe nicht dass ich muss noch welche sind na Hallo? Wo ist er denn jetzt hin? Die sind nicht so schnell mit Kopfschuss erledigt, also da ist jetzt noch einer drin, also wenn er jetzt wieder drei Stück drin sind, dann respawn das nonstop, dann kann ich da leider nichts mehr machen. Das ist jetzt auch nicht vor der Hund, der Hund ist da oben noch. So, das müsste der letzte sein. Was ist das denn? Ist das neu? Was? Ah, da ist der Hund. Sparen so ist, wenn ich so ausgeräumt habe. Bin ich krumm jetzt. Oh, Sprit. Ich werde mal die Waffe rausschmeißen hier. Und dann mal hier das Futter hinlegen. Hör auf, Mensch. Ich will dich doch nicht. Ich will dir doch nichts böses. Er geht einfach nicht ans Futter. Ich pfeifen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Lass das auch immer da stehen. Lass dir mal Boeing. Hier müsste ja dann irgendwo nur Hymnete sein. Aber ich weiß nicht, wie ich den dazu bringen soll, dass er mir vertraut. smokeset. Ich weiß nicht, wie ich das nicht bewege. Keine Ahnung. die haben wir noch mit mein siebte fähig 48 dicke fette base habt ihr doch da sind ein paar tote ich glaube nicht so gespurt wird das mal gespannt vielleicht sind hier noch welche man alle vorne ich habe keine ahnung wie ich den hund erzählen soll normalerweise doch eigentlich nur hinlegen und dann das war es oder nicht kann zwar aufgehen hallo ist noch ein schalte ist das nur für die pistole ist für jeden das ist doch gar nicht mal so schlecht was schmeißt denn dafür raus ich habe auch schon so einen elcock gefunden ja das glas kann erstmal weg das ist auch noch sprit drin hier ist auch keine hunderte wo ich das sagen kann ich kann es ich kann das vor der hunderte legen aber wie gesagt kein schimmer ich speichere mal eben hier und werde immer testen ob ich die langsam an den ran gehen kann und dann vor ihm den das futter ablegen kann weil man kann diese hunde zähmen das ist ja ein hund zum zähmen oder ist das ein hellerer hund momentar voll muss ich den erschlagen kann ich gar nicht treffen ja gut ich werde jetzt hier laden weil beziehungsweise ja ich werde ich sie laden bin gleich wieder da so dann bin ich wieder also ich habe keine ahnung wie ich die wie ich den hund zähmen soll jetzt sind die wieder da ach come on spiel aber dann ist da irgendwas verpackt dann ist das ist mir das jetzt egal ich werde es nicht versuchen zu zähmen wenn ich den mal irgendwo erwischt dann erwischt ihn irgendwo wenn wenn ich dann eben nicht das ist mir egal tut mir leid wenn ich so bin aber den konnte ich nicht sehen obwohl man die 10 kann von denen die in so einem dienst drin hocken hätte ich eigentlich themen können dürfen eigentlich aber hier nicht dann werde ich zurück zum auto kommen und dann fahren wir mal zurück zur base und gucken was wir da aber noch machen können weil sie mittlerweile weiß ich nicht was ich machen soll ich schätze ehrlich also zu uns nur hundertsten folge will ich natürlich weiter machen ich hoffe auch immer noch nach einem auf ein update vielleicht noch aber der hund war nicht zähmen war ich muss mal kurz ihren dinges machen das war ja hier das heißt ich mache hier einen hund grün grün und und so nicht dahin genau so nach bisschen sprit hier so lady also es ärgert mich jetzt wirklich richtig wo mein auto stehen eigentlich das ist doch ja schade das ärgert mich mann hat er mich gerade so richtig kann ich gar nicht mehr auf der wort zu reden und dass die npcs not stop nachspawn da ist genauso ärgerlich man werde jetzt aber mal erst zurück zur base fahren und ja werde dann mal gucken was wir noch zu machen zurück und dann fahren wir hier rechts fahren am besten die bahnschienen entlang die brauchen wir nämlich dann ganz nur noch komplett ruhig zu fahren sind die normaler ein stück weiter nach geh weg ich mag euch nicht jetzt nicht mehr ich mag niemanden mehr hier auf der map hier auch nicht mehr den hunden den will ich jetzt auch nicht mehr haben das ist es ist gemein nun vor der nase stellen wir nicht zählen lassen können ja man müsste sich ein bisschen näher rankommen oder sowas oder pfeifen aber das hat ja beides nicht funktioniert wir haben dazu eine foto der überhaupt nicht interessiert absolut null apropos 0 apropos 0 wir sollten was essen trinken war nicht denn das ist auch auf null naja ich weiß der spaß gerade die leere flasche weg aber ich es gleich was und zwar das hier man kann sich die leeren flaschen nämlich wieder aufheben so weiter geht die post erst mal gucken zurück zur base und dann schauen wir weiter was wir so machen können vielleicht können wir noch ein bisschen ausbauen an der base ich wollte ja noch den einen zaun machen der irgendwie verschwunden ist also nicht aus dem außen nicht von einem web sondern komplett aus dem baum komplett weg aber da muss ich dann mal gucken ob ich dir vielleicht doch noch mal finden ob ich dir vielleicht einfach nur über übersehen habe dass sie dem woanders hingestellt haben keine ahnung gar nicht so schnell und so ist mir ach so diebe im olymp die haben die straßenbahn stehen ich muss hier oben halt das auto genauso breit wie die stehen aber ich glaube da kommen gleich ein zug also nicht der kommt nicht sondern der steht da ja nicht nur der zug steht da aber taktisch klug dran vorbei geschummelt und hier irgendwo meine ich ist sogar noch eine fremde menschen base gewesen aber wie gesagt fahr jetzt mal komplett durch ab nach hause und dann gucken wir die tage mal was wir hier da machen können an der base weil ja ich möchte eigentlich noch nicht aufhören aber dass das hat mich jetzt echt ein bisschen gefrustet mit dem hund vor allem weil wir den hund wirklich so lange gesucht haben jetzt haben wir den mal gefunden können nicht sehen naja ich werde hier zurück zur base fahren und wir sehen uns dann in der nächsten folge an der base ich hoffe ihr hattet euren spaß seid genauso beleidigt wie ich und bis zum nächsten mal ja